Ich würde vielleicht ein Stück weggeben, wenn ich sowas mache. Dazu der Hecker und... Oh, das ist ein Rumpfausch. Ich sterbe hier fast. Hallo, ihr süßen 3.000 Heeren. Nein, nicht mehr. Also, die Boys im Boot sind mir nicht mehr sicher. Alles kannst du vergessen. Ich habe hier noch einen Spunschalter gefüllt. Ich frage mich sowieso, warum alle Trainer... Äh, ein Schießpüber an Bord haben, das ist doch total unsicher. Gerade in diesen Zeiten halt, wo... Die scheiße Lampen mal oben ist auch weg. Wenn sie kommt, fickt sie in den Tod! Na, komm her. Einmal nach oben, komm, Schiff. Und ich bin schon mal. Und ich bin schon mal. Und ich habe doch meins. So, hol mit mir auf. Wooh! 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 So! So! Das war nur an der Schaden. Oh. Was ich weiß. So! Oh an. defined. Raus! 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 Die nächste war's mit dem Schlatter rüber. Da hinten! So! Und der nächste stirbt! Und auch ein Kuh! Stirbst! Das sieht voll geil aus. Zwischen den ganzen Morden erkennt mich wirklich extrem gut. Da weißt du, wo wer der Captain ist. Wer weiß. Hallöchen, du Schiff mit 3000 Real. Klicke noch Reparieren. So! Oh, wie das goldene Morsa da hinten. Echt geil. Sieht richtig gut aus. So! So, tun wir uns hier noch ganz kurz T-Boy hin. 25 Fässer auf, Feuer, Feuer und da hinten auch noch was. Und da hinten ist auch schon die Queste da. Zu der wir schreiten wollen. Na, komm her. Rom und Kroc und Alkohol. Machen wir mal schauen, wo wir hinten sind hier. Irgendwie hinter diesem Felsen. Sequenz 10. Das Observatorium. Na, dann wollen wir mal schauen. Was uns die Information des Weisen gebracht hat. Ist der Piratenjäger tot? Ei, durch meine Hand. Wie kommt es, dass nur du finden kannst, was so viele suchen? Von Geburt an habe ich Erinnerungen. Erinnerungen aus einer ganz anderen Zeit. Wie ein anderes... Anderes Leben, das ich durchlebt habe. Der Teufel soll dich holen. Mann drückt dich klarer aus. Nicht heute. Du zuerst, Captain. Der Weg vor uns ist gefährlich. Dann folgt mir mal, Jungs. Die Bewohner dieses Landes werden... ... den Dschungel sichern. Ach du Scheiße. Was war das denn? Hüter der Insel verstecken sich in Büschen. Ich will dich ja gar nicht umbringen. Ich will dich ja gar nicht umbringen. Aber es wird wohl sein. Was war das denn? Ach ja. Nichts da, Freundchen. Hier ist aber ein Animus-Fragment, wie ich gerade sehe. Und jetzt lasse ich mir nicht hingehen. Auch wenn Kennewe da nicht richtig durch will. Ruhig mir das natürlich. So. wo geht es weiter den jungen sicher na dann guck mal her ihr hüter wie gesagt ich will ja eigentlich gar nicht töten ach herr es könnte daran liegen dass ich eventuell falsch rum zurückgelaufen bin so ok wo ist der rest von euch das werden ja bestimmt nicht der einzigste hüter gewesen sein was ich mich als frage ist ein krokodil das habe ich schon lange gesucht nicht denn mein lieber tscholli ich brauche den leder noch eins heute wo sind die hüter wo sind die anderen die bereits erwähnt ich will ja nicht töten aber der story verläuft verlangt das so das ist die 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 Aber hier im Spiel muss auch das Krokodil rein klauen. So, jetzt müssen wir wieder vorsichtig sein hier. Haben wir hier nicht getroffen? Ich geh, den hab ich erwischt. Den hab ich nicht. Aber den hab ich erwischt. Tut mir leid, kleine Affe, du musst mal so an glauben. Brüllaffen sind das gewesen, okay. Aber hier muss noch einer sein. Da fehlt ein Hüter. So, jetzt haben wir auch das geschafft. Haben zwei Krokodilen. Gugile erledigt. Und auch einen Brüllaffen. Natürlich vorher noch einmal schauen. Dass ich hier nicht ausversehr in die rein renne. Und dann geht's erstmal hier hin, ne. Die scheinen sich ja recht gut und glücklich gemacht zu haben. Wie kommt ihr in die Hüte rein? Wie komm ich denn in die Hüte rein? nicht hier hoch boah, das hab ich in dem ach, alles klar nee hier hoch weil da gibt's das ja nicht oh, hier komm ich jetzt in die Höhen rein ich probiere mal hier aufzukommen doch, das bringt mich nicht weiter ich stell mich manchmal glaub ich einfach zu blöde an die Höhen liegen hinter mir muss ich etwa hier lang anscheinend schon aber erstmal durch den Aussichtspunkt hier Alter, was haben die hier gemacht? hier war es halt eine ganze menschliche Zivilisation und die haben die einfach alle komplett wie sie waren vernichtet also puh da tut sich das das gerechtige Herz in mir ja so ein bisschen streiken die haben natürlich nichts Falsches getan in dem Sinne, dass sie ihre Insel beschützen wollten aber dafür Menschen zu töten ist dann so nicht auf jeden Fall was Falsches puh naja stehe mich jetzt mal als Vorwand um die umdrehen zu tun können müssen und spiel ja erstmal die Insel auf und dringend auch ein Stück genau dafür, dass ich da wieder klar sprechen kann was auch immer das gerade ist und ganz nah am lauf und dem ich mich eigentlich so würde ich sogar hoch haben nicht zu können ja ok so auf den Stein und dann niemals zu den Höhlen und und und